Herzlich willkommen bei uns. In ganz zentraler Lage von Hamburg befindet sich unser Café und Restaurant Traumzeit. Eine wirklich gute Küche ist unser besonderes Anliegen. Genießen Sie einen reichhaltigen Mix aus leckeren Frühstücksangeboten, wöchentlich wechselnden preisgünstigen Mittagsgerichten und den fantasievollen mediterranen Kreationen wie zum Beispiel Tapas, Pasta, Salate, Flammkuchen sowie Kaffee und verschiedene hausgemachte Kuchen. Außerdem finden Sie in unserer Karte kleine Snacks, vegetarische Gerichte, leichte Speisen sowie saisonale Spezialitäten, zubereitet aus frischen und qualitativ hochwertigen Zutaten und Produkten. Für Ihre Familienfeier bis 50 Personen decken wir Ihre Festtafel in unserem Restaurant. Dazu kreieren wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Buffet oder Menü. Im Geschmack von Ambiente unseres Restaurants können Sie unterstützt durch den freundlichen und besonders aufmerksamen Service abschalten, entspannen und genießen. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Team vom Kaffee und Restaurant Traumzeit.